Hallo, da sind wir wieder mit GTA Online, heute auf Shipment, einer alten Karte, die einige vielleicht aus Call of Duty 4 kennen und wieder mit am Start, Istawid und der ganze Recht hier. Oh, hallo und hallo an die ganzen Leute, die natürlich mitmachen und zuschauen so, ne? Juhu. Hier wird gleich die Zitrone gepresst. Der Paladin-Jule-Jupiter wird zum Aladin, die Erdbeere wird gequetscht. Der Paco wird Parcours laufen, Olig so wird zum Onyx. Der Ratto-Locus, ja, der wird zur Ratte. Silence, der bleibt ruhig. Der Elektrobeat wird elektrisiert. Schottie wird sie an Kiffen und der Rest, keine Ahnung. Jo. Wir brauchen sie, wir brauchen kaufen. Auch wenn du sie nicht brauchst, ich brauchst sie auf jeden Fall. Was? So, ich bin bereit zum Spielen. Panzerung, Panzerung, Panzerung. Ich glaube, jetzt ist das ein feste Waffen, also, beziehungsweise aufnehmbare. Ich weiß jetzt nicht, warum, welche Waffen wir benutzen dürfen, aber ich habe es schon mal bestellt. Aber ich habe es schon mal bestellt, aber ich habe es schon mal bestellt. Deathmatch, äh, 6-Wax ist das, Team Deathmatch, 6-Wax. Und bitte bereiten, Leute, bereit machen wir. Wir haben dann nicht so viel zur Höhe. Okay, es geht los. Mal gucken. Mal gucken. Ja, wir haben Knochen. Wir haben mal gespannt, was das für ein Kack wird hier. Oh, mit Pistole. Oh, ich habe Granatwerfen. Nein, ich Idiot. Ich bin so gut, ich schieße. Ich denke, ich wollte mich da unten machen. Okay, dann ruhig noch ganz auf. Ich bin schlecht, ich bin schlecht. Warte, haben die Raketenwerfer? Wer auch, der liegt irgendwie alles rum. Ich habe gerade nur eine Knarre. Steht da drüben ein Cargobob? Äh, ich bin komplett nicht mehr rein. Ey, das wäre wohl schwul, wenn die da die ganze Zeit Granaten nur werfen müssen. Ja, schon Pistole. Oh ja. Ich bin der letzte. Ja, ich bin ja auch so gesehen. Aber warum nicht das? Ich werde einfach zu dem hin. Alter, was? Okay, diesmal kriege ich Video. Ich sorge mal für ein bisschen Action. Ich lasse gleich den Cargobob da reinkrachten. Hallo? Oh, nein, vielleicht. Ja, das ist echt toll. Yeah, Mosher's Kill. Was? Jupiter, was machst du denn? Oh, ich glaube, der ist... Wir sind weiter geflogen, als ich erwartet habe, der Cargobob. Nein, geht doch nicht. Äh, Puli. Schotflint is over, ey. Hey, Leute, seht ihr das? Die hat doch gar keine Streuung, die Knarre, ey. Die hätte längst wegflattern müssen da mit ihrer komischen Fresse, die Alte. Unser Team führt. Also durch mich, ich, wir haben auf jeden Fall gute Leute gestartet. Ist dumm, dass man hier out of map gehen kann. Ja, klar, ey. Kam gerade eine Granate, ist so ein Spalt, ne? Fällt mir raus. Krass. Nein, der ist nicht. Das geht so schnell, ey. Auf jeden Fall krass, ne, was hier abgeht. Ey, die standen, der oder die oder das Opfer stand gar nicht bei mir, aber gib mir einfach so eine Schelle und ich bin tot. Ah, diese Synchronität hier. Alles ist so synchron, so. Genial. Nein. Red, schock, 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 red, schock! Schieß den hier drüber weg, Alter! Ey, stirb mich, ey! In dem Modus ist irgendwie alles ein bisschen ungenau. Ne, was kann ich sagen, ich bin so konzentriert hier. Pena! So, hey, jetzt fass mich mal wieder. Oh, ich bin jetzt mal einschlippig. Hä? Komm hier nicht hin? Endlich! Ah, ist voll am Längen, hat keinen Sinn hier. Guck, mit einem Schuss bin ich tot, ich schieß auf ihn, er leckt rum. Ja, vor allen Dingen, wie viele Schüsse du manchmal hier reinfeiern musst, bevor die erschüttert. Wah, ist das ekelhaft, komm! Nein, ich hab mich selbst mitgesprägt. Verdammt! Sind sie grad runter hier, kommt nicht rein. Oh, kommt mein Rechtsruppleher an. Nein, meine Uni ist alle, nein! Das ist wirklich Call of Duty-Style hier. Ein Schuss hätte gefehlt! Schade! Hau den in den Nacken, den Nigga! Das hab ich nicht gemacht. Boah, ich komm da nicht gut. Dann ist wieder der Nächsten. Ja, dieser Elektro-Typ, der ist grad voll weggelegt. Ich treffe den ja auch wieder nicht. Das wackelt so doll, dass die da nicht kommen. Ey, fliegen die ganze Zeit Granaten, ey! Das ist voll egal. Bist du ja einer am hacken, oder was? Ne, der Schuss hat aber seine 200 Granaten auf die Hecke voll gespawnt, oder was? Da kommen die auch schon an. Was, Reshi? Dacht schon, ey! Ne, ist ein anderer. Ich hab nur so oft. Bam! Ja! Kotzt einen an, wenn man Abschüsse abkriegt? Gar keiner sein soll. Ja! Überall Granaten, Supersonic-Hunde, Kökel, du! Aber ich hab ihn doch bekommen. Ey, wann kommt ihr denn hier rüber? Der Typ stirbt einfach nicht, ich kapier's nicht. Denk spiel ich GTA nie so öffentlich. Der kotzt einfach nur an, weil die... ...dreckigsten Server der Welt haben, ey! Oh, jetzt ist er noch ein Krimi. Nein! Huch! Der zockt da mit seiner Schrotflinte. Ja, ist das. Geht er mit raus. Boah, jetzt kann ich schwimmen mit dem Granat. Hoi! Boah, der... Dieser Kranel... Oh, der Trinkmel! Ist gut hier jetzt mit deinen Dricks-Granaten. Kann man auf so einer Mini-Map Granaten einbauen? Ich glaub, ich mach mal meine eigene Rust-Map. Ach, Rust-Map sei schon hier. Boah, jetzt kann man auch an der Seite blicken. Boah, jetzt kann man auch an der Seite blicken. Boah, jetzt kann man auch an der Seite blicken. Ja, aber wir haben die ja auch so gesehen. Ja, aber wir haben die ja auch so gesehen. Er ist plötzlich gestorben. Ein bisschen Diebenleben hier. Boah! 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 so dumm gemacht ist ja klar noch zu dem zau so spaß nicht schon wieder von diesem hundgel bengel er richtig auf mit seinen granaten alter der warte die ganze zeit wahrscheinlich auf dass der pisse kriegt cannabis nukulado blöde ratter soll ja 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 komm wenn es wieder nach shorti ja du afro 84 84 das cheater pisse an ihren drecksgranaten jetzt haben die schon vorsprung soll krepieren soll nie ja ich kenne mit einer leeren waffe schon wieder so lächerlich sollen diese wollen scheiße sind so oder so ich auch keine waffe nicht die ganze zeit nein nein er kommt ja wie oft scheiß granatenwerfer richtiger hält weil steht hier und knallt die leute einfach nicht in unser kreis ab ach ja Boah! Was? Der hätte umfallen müssen! Wir haben gewonnen! Ey, ich hätte noch einen Kill gemacht, aber der ist nicht umgefallen! Ich hab mir voll auf die Fresse gehauen! Wir haben wirklich gewonnen! Sie haben gewonnen, wir sind auch krass! Diese Granaten-Wichser da, ne? Krasse Scheiße! Kamerat! Sauber, Leute, wa? Guck ihn da an, der hätte nur nicht mal 10 Kills ohne seinen Granatenwerfer! Pans, ja, ist doch so ein Pansen! Ach, ja, ey! Geht mal um die Sack, diese Pisswaffe, ne? Genau wie, ja! NoobTube! So haben sie halt immer genannt in Call of Duty, genau! NoobTuber! So ist der Teil! Vierte Teil! NoobTube! Ne, lass mal noch irgendwas machen, schnell, oder? Wann jetzt grad mal 10 Minuten? Äh... Wo wir... Lass Team Standing machen, oder wieder? So war Knastbruderkampf! Ist doch nur einer, ach du Scheiße, im Chat gesagt, ey! Hehehe, ich reiße, hehehe! Was? Von Näh! Boxerei hat vor lange gedauert, womit wir mit Grund gemacht haben! Ja, ich kann das ja einstellen, das war ja nur auf 10 Minuten maximal! Und dann auch mit Waffen, also nicht nur mit Fäusten, das dauert das lange! Ja, was denn nun, Leute? Entscheidet euch, okay! Okay! Pinjulteobard! Fiel so geil! So, hat geladen! Okay, zwei Teams! Zeit mit 10 Minuten, perfekt! War wieder Rage-Onkel! Ja, das ist natürlich blöd! Ja, das ist natürlich blöd! Egal, mach mal Messerstecherei, oder? Pat! Ne, wir machen hier, im Besitz sind aufnehmbare Waffen! So, möcht' man hier mal mitspielen? Warte, mach' ich da die mal ein... Boah, was will der denn? Na, der war der gerade nicht, oder? War der das? Keine Ahnung! Wieso kann ich die nicht... einsetzen? Äh, einladen einsetzen! Will Spieler einsetzen! Jetzt... Geht's doch, jetzt kommen sie doch alle! Ist jetzt schon wieder dieser... Basonic-Ghost! Yeah! Herzfeind! Noob-Tube-Ghost! Haha! Guck, wie schnell er hier... Ach, der hat wahrscheinlich selber einen dabei! So, Leute, beeilung, beeilung, beeilung! Wir haben nicht mehr so viel Zeit! Zeit-Limit 5 Minuten! Pfff! Pfff! Na komm! Epic Parcours! Der Parcours! Der Parcours! Der Parcours! Okay, okay! Na komm! Wir legen los! Wir machen... Jens! ... Doch alle eeeeeee... ...Hexas... ...Ach wenn... ...εί... ...hats' schon bereit wo ist die Sturm da ist sie ob ich bin bereit auch diesmal Super Sonic Ghost bei uns im Team also kannst du dich nicht rechnen halt Abstand ein über das eigentlich Wumpe geht mir genauso um den den Granatwärter nutzen können die hatten halt die Macht für eine Zeit lang darüber aber haben es trotzdem nicht geschafft damit zu gewinnen aber es war knapp eine Zeit lang waren sie ja vor uns glaube ich äh ok oh oh wie es gleich los geht hier Alter wird die Raketen gleich geflogen oh komm scheiße oh echt schon oh 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 Leute kommt mal klar wir schießen da auch gut oh ja wie ein kleines Problem hier oh 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 kleiner kleiner teilen du rüde shit ich wollte ihn ein einer will aufs Dach hoch oh 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 Wir haben ja den Dreck, der nicht schon verlor. Wie ging das so schnell? Hab ich da nicht 10 Minuten eingestellt? Hä? Achso. Egal, machen wir nochmal oder wollen wir das auf die nächste Folge verschieben? Nö. Äh? Hey Sonic, diesmal hat er keinen Noob Tube benutzt, wa? Ich bin gar nicht gestorben, das ist total verbuggt grad hier bei mir, das Menü. Naja. Okay, naja Leute, dann lasst uns erstmal für heute beenden und ja, wahrscheinlich machen wir das in der nächsten Folge dann einfach nochmal, die Wiederholung, die Revanche, die Revanche. Ich mach gar nix mehr. Ich rühre auf, ich hab keinen Bock mehr. Nee, alles klar. Ja, das geht doch auch auf jeden. Alles klar Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios Amigirl, ich liebe euch, wem es euch, jetzt tschüss. Haut rein. Tschau. 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 Vielen Dank.